Herzlich Willkommen bei Lenspirit TV. Mein Name ist Marco und an meiner Seite die Elke Augenoptikerin bei Lenspirit. Hallo Elke. Hallo. Wir haben uns hier nach draußen in die Sommerfrische begeben, um euch mal ein bisschen was zu Pflegemitteln zur Reisezeit zu erzählen. Dafür haben wir hier vier Produkte mitgebracht, die euch die Elke gleich näher vorstellen wird. Und fragen wir doch erstmal die Elke überhaupt, Pflegemittel zur Reisezeit im Urlaub. Was gibt es denn da überhaupt zu beachten? Naja, auch im Urlaub möchten die Linsen gepflegt sein. Wenn man jetzt Monatslinsen trägt, ist es ganz, ganz wichtig. Und die hygienischen Anforderungen sind ja auch oftmals im Urlaub nicht so, wie man sie von zu Hause her kennt. Und daher ganz wichtig, dass man da auch auf Produkte zurückgreift, die einem da wirklich komfortabel helfen und man wirklich die Augengesundheit auch mit an erster Stelle mit ins Reisegepäck packt. Also nicht unbedingt mit Leitungswasser im Urlaub die Linsen waschen? Bitte nicht, denn das Leitungswasser ist nicht keimfrei. Also da können sich ganz schnell irgendwelche Keime und Bakterien ansammeln. Auch das Händewaschen vor der Benutzung oder vor dem Gebrauch mit der Kontaktlinse ist da wirklich sehr zu empfehlen. Das Schöne bei unserer Reisewelt bei den Produkten ist die spezielle Größe, denn wer mit dem Flugzeug unterwegs ist, weiß, man darf nur eine bestimmte Menge an Flüssigkeit im Handgepäck haben. 100 Milliliter, ne? Genau. Wir haben hier mal zwei Produkte. Einmal ist es ein perfektes Pflegeprodukt, eine Kombilösung. Das ist das Soloke Agua. Das ist eine Lösung, die einen integrierten Benetzer hat, die die Linse befeuchtet und natürlich sehr gut reinigt und desinfiziert. Und bei unserem Urlaubspäck ist auch ein kleiner Reisespiegel dabei. Somit kann man auch mal kurz dementsprechend im Flugzeug kontrollieren und korrigieren, wenn mal irgendwie was nicht in Ordnung ist. Und wir haben an alles gedacht, wenn der Urlaub so schön war und es dann nach Hause geht, sind auch Taschentücher dabei, wenn der Abschied schwerfällt. Des Weiteren möchte ich genauso ein Produkt, das ist unsere Good Morning Kombilösung, ein sehr gründlich reinigendes Produkt, was schon für wenig Geld zu bekommen ist, was aber wirklich super gut verträglich ist. Auch das ist eine gute Alternative zum Reisen. Wer seine Linsen generell mit einem Peroxyd-System pflegt, weiß, dass man ja eine Tablette oder eine andere Komponente bei diesem Peroxyd hat, der für die Desinfektion und dann für die Neutralisation zuständig ist. Das hört sich alles ganz kompliziert an, aber hier ist ein Produkt, was der ganzen Sache eine Leichtigkeit anhaftet. Das ist eine Kombilösung und in dieser Kombilösung ist ein Inhaltsstoff, der durch körpereigene Enzyme dann gespalten wird zu Sauerstoff, Wasser und Salzen. Die Linse wird perfekt und super gereinigt, so wie man das wirklich von seinem Peroxyd-System kennt. Und der Clou bei diesem ganzen System ist auch noch ein antibakterieller Behälter. Das ist ein Nano-Behälter, der auch nochmal desinfizient und antibakteriell wirkt. Klasse. Ja, das wäre eine weitere Kombilösung. Wer jetzt die Linsen im Auge hat, unterwegs ist im Urlaub, vielleicht auch ein bisschen mit Staub und Schmutz in Kontakt kommt, kann während des Linsentragens auch nochmal eine Blink and Clean Augentropfen benutzen. Das wird mit oder in Verbindung beim Linsentragen mit eingeträufelt. Das sind Augentropfen, die benetzen und die auch gleichzeitig auch ein Stück weit reinigen. Ja, das ist ja eine tolle Sache. Ist man bestens gewappnet für den nächsten Urlaub. Genau. Wo geht es bei dir eigentlich hin in diesem Jahr? Wir fahren an die See, an die Nordsee allerdings. An die Nordsee, das ist ja schön. Ich persönlich habe leider noch keinen Urlaub gemacht, soll aber auch schön sein. Ja, für mich geht es nach Teneriffa, also ein bisschen weiter weg im September. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, wir können, wie gesagt, diese Produkte euch nur herzlich empfehlen, unsere Reisewelt herzlich empfehlen. Da findet ihr jede Menge andere Pflegemittel noch. Und wir wünschen euch an dieser Stelle eine schöne Zeit, eine schöne Urlaubszeit, eine schöne Reisezeit und sagen Tschüss. Tschüss, einen tollen Sommer wünsche ich euch. Tschüss, einen tollen Sommer wünsche ich euch.